Hallo meine Lieben, hier haben wir den Frühlingsblick. Wir schauen rein, was bringt der Frühling für euch mit im Hier und Jetzt nehmen wir alle Asse mit, die auf dem Tisch liegen und starten voller Sonne, voller Freude rein Richtung Sommer. Habt viel Spaß! Ihr Lieben, hallo, herzlich willkommen bei mir, bei Sunny, bei Soul Balance Taubung. Ihr Lieben, heute starten wir wieder in unserem Mittwoch Special und ich wollte mal reinschauen, was bringt denn für das Kollektiv der Frühling mit sich. Die ersten Sonnenstrahlen versuche ich hier für euch einzuhaschen, habe ein paar schöne Blumen für euch auf den Tisch gestellt und ihr bitte, und ihr Lieben, bitte bedenkt, ist eine Kollektivenergie, kann auf euch zutreffen, das große Ganze, einzelne Fragmente oder aber auch gar nichts. Jetzt spür in dich rein, du wirst intuitiv wissen, wann das Universum eine Nachricht für dich hat. Ihr Lieben, ich bin gespannt. Der Frühlingsbeginn wurde eingeläutet, wir starten so langsam in den April. Schauen wir mal, um welche Botschaft es hier für das Kollektiv im Monat April geht. Vielen Dank! So, wir haben die Frage, warum die Intention hinter deinen Beweggründen, du stehst hier an einer Weggabelung, suchst den Ein- oder Ausweg, ja, weißt nicht, welche Richtung du einschlagen sollst. Hier ist die Karte Tick-Tack, der Hinweis, habe noch ein bisschen Geduld, spiele hier auf Zeit. Das Ast der Münzen, kommt mir hier mal rein, wird dir gereicht werden, damit du hier aus deiner unvollendeten Sinfonie aussteigen kannst. Gut, ich glaube, es lag so rum. Das heißt, hier ist natürlich die Frage, wo befindest du dich noch in einer unvollendeten Sinfonie? Wo möchtest du gerne aussteigen? Warum möchtest du aussteigen? Warum umgibst du dich noch mit Misstönen? Ja, warum findest du vielleicht nicht die Kraft, jetzt hier aus gewissen Situationen auszutreten? Dann darf ich dir sagen, hier hat das Universum dein Ast der Münzen schon parat. Hier geht's, wird mir gesagt, um das Spiel auf Zeit. Ja, der ein oder andere steckt hier vielleicht wirklich in einer Sankgasse. Hier geht's drum, Balance zu schaffen, für Ausgewogenheit zu sorgen, hier ins Gleichgewicht zu kommen, auch für Harmonie und Frieden zu sorgen. Hier sitzt auch die Eule auf dem Kopf. Hier, ja, Harmonie und Frieden, ihr Lieben. Habe noch ein bisschen Geduld. Sei dankbar für die kleinen Dinge der Einfachheit. Du hast hier Unterstützung, Herzensmenschen, Seelenfamilie, Freunde, Beistand im Außen und darfst erkennen, dass du im Hier und Jetzt leben darfst. Aussteigen, aus dem Nachdenken, aus dem ständigen Grübeln. Ich weiß, ihr Lieben, ist einfach gesagt, ihr braucht nicht meinen, mir geht's nicht anders. Hier ist aber jetzt der Tipp der Karten. Finde Balance in dir selber. Lebe im Hier und Jetzt. Nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft. Habe hier noch etwas Geduld. Wie ich es hier schon gesagt habe, allein die Zeit wird's zeigen. Hier, finde die Dankbarkeit in den kleinen Dingen. Sorge dafür, dass du zufrieden bist mit den kleinen Dingen. Misste aus. Hier möchte sich eine Tür für dich öffnen. Schaffe Frieden auch in Herzensangelegenheiten mit Beistand der Familie. Hier kann dir vielleicht auch die Familie helfen, die Intention hinter deinen Beweggründen rauszufiltern und herauszufinden, welcher Weg denn der richtige ist. So, ich sehe, die Kollektivenergie ist in der gleichen Energie wie ich. Wie soll es denn anders sein? Ja, hier, die Ziellinie ist schon in Sicht. Auch die Zahl 10 steht ja für die Zahl der Vollendung. Halte hier noch etwas durch. Hier setzen sich gerade die einzelnen Puzzleteile für dich zusammen. Der versteckte Segen liegt in dem Ausmisten, in den kleinen Dingen und in der Einfachheit. So, ich hätte ganz gern mal für die Weggabelung, ne? Um welche Entscheidung geht es hier? Wo soll das Kollektiv lang? Ja, ich wollte aber gerade noch fragen, wo darf man Frieden schließen? Und weil ich es mir gerade gedacht habe, ne? Noch nicht fokussiert auf die Weggabelung war, haben wir hier nämlich die Karte Frieden mit den Fünf der Stäben. Das heißt, hier hast du immer mit Konkurrenz zu tun, musst dich durchkämpfen, musst dich durchbeißen, hast mit Herausforderungen zu tun, ja? Hier geht es auch um das Durchsetzen, jetzt mal in Frieden zu kommen, bei dir anzukommen und auch die Intention hinter der Frage, warum, dir zu klären und dir dieser Frage oder dich dieser Frage zu stellen. Ja, warum kämpfst du immer? Warum hast du immer das Gefühl, du musst dich durchsetzen? Warum hast du immer das Gefühl, du musst dir alles hart erarbeiten und verdienen, ja? Hier geht es um Kindheitsthemen, Kindheitstrigger, Vergangenheitsthemen. Vielleicht hast du in der Vergangenheit immer das Gefühl gehabt, du musst dich durchsetzen, du musst für etwas kämpfen. Jetzt darfst du aber erkennen, du darfst mit der Vergangenheit in Frieden kommen, denn hier wird das Universum mit dem Turm für Umbrüche sorgen, für Veränderungen, für Umstrukturierungen. Hier knallte der Blitz vielleicht schon ein, ja? Radikale Veränderungen haben hier stattgefunden, hier wird umstrukturiert, hier wird verändert, hier bleibt kein Kelch mehr auf dem anderen stehen, hier werden deine Glaubensmuster, Glaubenssätze, Kindheitserinnerungen, Kindheitsthemen durchgestruggelt und du darfst dich hier neu aufstellen, ne? Hier ist das Geben und Nehmen in der Vergangenheit nicht in Ausgewogenheit gewesen, in Gleichgewicht, in Balance, du hast viel zu viel gegeben, viel zu wenig bekommen, hier darf sich jetzt wieder, ne? Die energetische Lernaufgabe des Mangeldenkens, Mangelbewusstseins überwinden lassen, hier darf endlich etwas empfangen werden, wie mir hier mit dem Ass der Münzen reinkommt. Und du möchtest jetzt endlich hier wieder in deine Harmonie, in deinen Frieden und für Ausgleich und Geben und Nehmen sorgen, nämlich, weil du, lieber Zuschauer oder meine liebe Zuschauerin, erkannt hast, du bist hier die Herrscherin. Die Herrscherin, ihr Lieben, ist die Energie des Empfangens, die Energie des Nährens, die Energie des Um-sich-gut-Kümmerns, ne? Auch der Traumfrau des Traummannes, erkenne hier deinen Wert in dir selber, werde dir deiner Größe und deines Wertes bewusst und du bist aufgerufen, hier eben durch radikale Umbrüche und Veränderungen, denn kein Stein bleibt hier mehr auf dem anderen, jetzt zu prüfen, in welche Angelegenheit, Sache, Situation gibst du noch Kraft, Energie und Zeit? Welche Dinge näherst du noch? Welche Dinge möchtest du empfangen? Denn die Herrscherin steht auch für das göttlich-weibliche, für das Empfangen, für in den Fluss kommen, alle Elemente der Königinnen vereinen, ja? Klug vorangehen, herzöffnend vorangehen, seiner Leidenschaft folgend, aber auch klar in seiner Kommunikation sein, nämlich du distanzierst dich oder hast dich schon durchgesetzt dem Teufel gegenüber, du distanzierst dich von allem Toxischen, von Machtmissbrauch, von Kontrollthemen darfst du aussteigen, du darfst von Abhängigkeiten und Süchtenabschied nehmen, ja? Und wenn es nur ein zu viel an Zucker ist, ein zu viel an Fernsehen, hier auch von einem toxischen Umfeld Abschied nehmen, von toxischen Partnern, von allem, was dich hier emotional gefangen gehalten hat, du erkennst, du sagst Stopp, du möchtest hier mit Ziel und Fokus voran, schneller als du denkst, denn der Ritter der Schwerter ist eine schnelle Energie, der kämpft für etwas, der geht voran für etwas und der geht sehr strategisch vor, klug und voller Ziel und Fokus ist er ausgerichtet, etwas zu erreichen. Ja, ihr Lieben, ihr seid hier auch in der Energie der Königin der Schwerter, das heißt, hier geht es darum, dass ihr ganz klar eure Wahrheit sprecht, aber auch diese lebt, euer Schwert erhebt und gesunde Grenzen setzt und sagt, kommt nur her, ich sage zu allem teuflischen Stopp, ne? Wenn mir hier einer gefährlich wird, dann gibt es Streit, dann kämpfe ich für das, was ich in der Meinung vertrete, ja? Ihr lasst hier kein Teufel mehr durchkommen, sondern ihr glaubt hier jetzt an das Universum, an die Anbindung nach oben, habt wieder Urvertrauen gefunden, habt hier spirituellen Background sozusagen hinter euch und möchtet hier in die Aktion gehen, euch mit Menschen zu treffen, zusammen zu tun, die euch nicht länger im Mangeldenken halten, sondern mit denen tiefsinnige Gespräche möglich sind. Ja, der ein oder andere hat hier mit Arbeitsthemen zu tun, ja? Mit manipulativen Kräften, wo ein glatter Schlussstrich gezogen werden darf. Du möchtest raus mit den Fünf der Münzen, nämlich in die Sechs der Münzen, dein Mangeldenken, Mangelbewusstsein überwinden, stattdessen in die Aktion und Bewegung gehen, dich mit Menschen zusammentun, die dich erfüllen, die auch spirituell auf deiner Ebene schwingen, ja? Die Traditionen und Werte auch überprüft haben, die hier nicht länger an alten Glaubensmustern festhalten, ja? Und sagst jetzt, okay, weil du vielleicht auch hier mit einem vergebenen Menschen zu tun gehabt hast, vielleicht auch mit einem, ja, unehrlichen oder sehr sturen Menschen an alten Glaubenssätzen festhaltenen Menschen zu tun gehabt hast, bist du hier in die Energie der Königin der Schwerter gekommen und entscheidest jetzt rational gesehen aus dem Verstand raus und hast erkannt, du darfst jetzt aber erst mal die Gefühle hinten anstellen und dich hier befreien von allem Ungesunden. Wow! So, wunderbar, ihr Lieben, das heißt, raus aus allem Toxischen, rein in eure Herrscherkraft, ne? Die unvollendete Sinfonie, ich krieg's eher so rein, war hier, du verlässt alles, was nicht in deiner Tonlage schwingt, ne? Und sagst, kommt nur her, ich weiß meine Wahrheit, ich lebe meine Wahrheit, mir ist als Königin der Schwerter auch, egal, was alle anderen im Außen denken, ich setze gesunde Grenzen, ich weiß, dass ich intelligent, klug bin, auch stark in der Kommunikation, ich richte mich eines neuen Zieles aus und möchte aus dieser unvollendeten Sinfonie aussteigen, denn ich habe erkannt, dass die Einfachheit der versteckte Segen in den kleinen Binnen liegt. So, zur Königin der Schwerter bekomme ich noch, jawohl. Ich sag's ja, ne, hier hat eure Seele einen Wake-up-Ruf bekommen, ein Wendepunkt läutet sich ein, hier darfst du auch aus der Vergangenheit lernen, ja, die Geister, die ich rief, sozusagen, du darfst auferstehen, darfst dich aus dem etwas unterkühlten Dasein wieder hier dem empfangenden Modus hinwenden, du bist ready, dein Geschenk, dein Geben und Nehmen zu empfangen, in deine Herrscherkraft zu kommen, es bedarf hier aber logischerweise einer Zielausrichtung, Neuausrichtung auch, die harschen Grenzen, die harschen Strukturen niederzulegen. Das Gericht ist auch die zweite Chance, ja, hier vielleicht erkennt der ein oder andere, ne, kennt ihr das? Man erkennt, dass man ein Leben hat am Mittelpunkt oder wie heißt das? Du erkennst, dass du nutzt das zweite Leben in der Mitte deines ersten Lebens, ihr wisst schon, was ich meine, vielleicht schreibt ihr es mir in die Kommentare, ja, wenn du merkst, okay, du bist in der Mitte deines Lebens oder schon drüber oder noch drunter, jetzt möchtest du was ändern, du erkennst, es ist Zeit, deiner Berufung zu folgen, deiner Bestimmung zu folgen, du hörst hier die Töne des Universums und möchtest einen Wendepunkt einläuten. Ja, ihr Lieben, ne, der Wendepunkt. Im Hier und Jetzt, der Gehängte, möchtest du Erkenntnisse bekommen, du darfst hier Gedankenstrukturen umwandeln, du darfst dich in Geduld üben, ja, denn der Gehängte bekommt in einem Perspektivenwechsel neue Erkenntnisse, einen anderen Blickwinkel, habe hier noch etwas Geduld. Auch wenn der Gehängte sich dauerhaft anfühlt, ne, weist er dich hin, dass Hier und Jetzt ist wichtig, um in deine Heilung, in deine Ausgewogenheit zu kommen. Und apropos Heilung, haben wir ja hier auch die Mäßigkeit, hier geht es um Ausgleich, um Balance, wie hier oben auch. Hier ist wichtig, ne, den erdenden Anteil und den wässrigen Anteil, also die Gefühle und die handfesten Anteile in Einklang zu bringen, hier wieder für den Fluss des Lebens zu sorgen, für die Mäßigkeit, wieder seine Balance zu finden, seinen Frieden zu finden, denn ihr seid hier in der Energie der verwundeten Krieger, ihr habt hier wirklich schon einiges hinter euch und auf dem Buckel, viele Erfahrungen, viele Verletzungen, viele Energien und Meinungen von anderen im Außen, haben euch hier als Königin der Schwerter eine Schutzgrenze ziehen lassen, einen Schlussstrich, ihr seid hier wirklich erschöpft, dürft nochmal zu Kräften kommen, denn ein Stäbchen fehlt noch, damit ihr die Situation verlassen könnt, mit der ihr gerade unzufrieden seid. So, wir klären mal ab, ihr seid hier an der Weggabelung, nur die Zeit wird es zeigen. Ich frage mal, liebes Universum, was bekommen wir denn für die Entscheidungsfindung, auch die Zahl 13, der Tod, Transformation, wo geht es lang, welchen Hinweis darf ich geben? Ja, wo geht es lang, ihr Lieben, der irre mit, wie soll es treffender sein? Nein, halte Innenschau, sorge dafür, dass du alles beleuchtest, deine vergangenen Erfahrungen, finde den Sinn deines Lebens, geh auf Selbstfindungsphase, zieh dich zurück, sorge für Pausen, vielleicht fühlt sich der ein oder andere auch einsam, sucht aber bewusst die Einsamkeit, ist vielleicht auch ein reifer, weißer, spiritueller Lehrer, der sich hier nicht wirklich viel mit Menschen umgeben möchte, denn ihr habt erkannt, lieber kein Umfeld als ein toxisches Umfeld, ja, ihr habt erkannt, ihr dürft euch von der guten alten Vergangenheit befreien, ihr dürft hier mit Machtkämpfen, Konkurrenz, in Frieden kommen, wollt hier nur noch euch mit Menschen zusammentun, die eure Intention, eure Beweggründe, euren Wert auch erkennen, denn ihr seid hier auf dem Weg in die Herrscherkraft und wollt empfangen, nämlich auf alle Fälle hier Spiritualität empfangen, Weisheit empfangen und aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Ja, ihr wollt rein, ich wollte gerade fragen, für was dürfen wir noch etwas durchhalten, für die vier der Stäbe, ihr Lieben, für Grund zur Freude, Grund zum Feiern, ja, seht ihr das, hier sind zwei drauf, die jubeln, auch, wie ich immer so schön sage, zwei Stampfbeine, ja, auch meine 11.11 Seelenpartnerportal-Karte, hier geht es darum, dass sich Menschen zusammenfinden, die auf eigenen Füßen stehen, die Grund zur Freude und zum Feiern haben, die etwas bejubeln, die vielleicht heiraten wollen, die hier hohe Zeiten erleben wollen, ja, hier geht es auch um Stabilität und Sicherheit, hier wirklich rauszugehen, ein gesundes Umfeld zu erschaffen und auch in Grund zur Freude mit anderen im Außen zu leben. Gemeinschaft wird mir hier gesagt, ja, du beleuchtest, was war ungesund und wo möchtest du hin, in welche Gemeinschaft, ihr Lieben, am Unterdeck, das Ast der Kelche, Chance und Potenzial auf emotionale Erfüllung möchtest du leben, halte hier durch, das Universum wird dir ein Ast der Kelche reichen, hier wird etwas zum Überfließen gebracht, du bist wieder bereit, Gefühle zu spüren, zu leben, zu empfangen, dich neu zu verlieben, ja, auch zu Herzenswünschen Ja zu sagen, hier wirklich quasi in den Genuss der Freude des Lebens wiederzukommen mit Gleichgesinnten. Hierzu darfst du Schritt für Schritt an deinem Plan beständig festhalten, du darfst hier Stück für Stück in die Aktion gehen, schon mal überlegen, wohin führt dich dein Weg, schon mal ein kleines Fundament aufbauen, damit du hier beständig an deinem Ziel ankommst, auch bereit bist, Zeit, Kraft und Energie zu investieren. Hier geht es darum, dass dir eine Chance gereicht wird, ein Angebot gereicht wird, auch eine Kommunikation dir vielleicht weiterhilft, auch in kleinen Schritten hier für Ausgleich sorgt. So, das Ast der Kelche, liebes Universum, was bekommen wir noch zum Ast der Kelche? Um welche Weggabelung im Bereich der Erfüllung, der Heilung und der Herzöffnung geht es hier? Du stehst am Wendepunkt, ne? Entscheidest du dich für die Einsamkeit oder für die Gemeinschaft? Du bist hier mittendrin, die Ziellinien zu erreichen, die Gesamtenergie ist die Erfüllung, die Wunscherfüllung, die emotionale Erfüllung. Ja, wow! Und die Leidenschaft, ein aufregender, leidenschaftlicher Neuanfang auszusteigen aus dem Mangel und hier schicksalshafte Ereignisse in Empfang zu nehmen, das Schicksalsrad. Ihr Lieben, ist auch das Glücksrad. Hier kommt wieder etwas in Bewegung, hier wird das Rad wieder weiter gedreht, damit die Waagschale wieder im Gleichgewicht kommt und du endlich voller Erfüllung dein Leben mit Gleichgesinnten in Gemeinschaft leben kannst, auch hier Potenzial auf ein Wachstum hast, auf eine Empfängnis, ja? Hier vielleicht ein neues Hobby, eine neue kreative Idee starten möchtest, hier wieder deinem Wachstum folgst und auch für Leidenschaft, Abenteuergeist und Spaß sorgst, denn alles, was dem Mangel angehört, ja, an dieser Weggabelung steigst du aus, du überwindest mit den Sechs der Münzen das Mangeldenken und Mangelbewusstsein, denn hier, wow, ihr Lieben, kommt schicksalshafte Veränderung auf dich zu, das göttliche Timing, die Zeit allein wird es zeigen, hier bekommst du nämlich Erkenntnisse, wie im Perspektivenwechsel mit dem Gehengten schon gesagt, du wirst hier drei Asse in Empfang nehmen, deine Wahrheit leben, für Klarheit auch sorgen, ja? Hier wirklich schneidende oder Energieschnüre durchtrennen, schneidende Erkenntnisse und Schlussstriche ziehen sozusagen und wir haben hier nochmal den König der Stäbe als Powercouple-Paar hier mit der Königin, den König der Stäbe sage ich schon, den König der Schwerter mit der Königin der Schwerter, weil hier geht es darum, dass du wirklich intellektuell vorangehst, ne? Oder aber auch Ratschläge im Außen bekommst, vielleicht mit einem Chef zu tun hast, mit einem Menschen, mit einem Ex-Partner, ja? Wo du hier ganz klar für dich ein- und aufstehen darfst, wo du Grenzen setzt, wo du sagst, nein, ich sorge jetzt auch für meine Balance und Harmonie in mir, ich erkenne, wegrennen bringt nichts, ich bleibe im Hier und Jetzt und sorge für meine Heilung, für meinen Perspektivenwechsel, jeder hat die Chance, seine Gedankenkraft ins Negative zu setzen oder aber ins Positive, du richtest dich neu aus. Kann natürlich auch sein, dass du hier neue Angebote bekommst von einem Menschen im Außen, ja, von einem König der Schwerter, der sehr klug ist, sehr belesen, sehr kommunikativ, weil dieser Mensch erkannt hat, er möchte mit dir in eine hohe Zeit, in stabile Zeiten hier Gefühle leben, Leidenschaft leben, etwas Neues anfangen, schicksalshaft etwas Neues anfangen. Hier kann es auch sein, eben mit dem Bube der Münzen, dass es hier um einen neuen Beruf geht, um ein Umzug, ein neues Zuhause, eine Veränderung im körperlichen Bereich, ja, wenn du hier Innenschau hältst und schaust, was gehen gelassen werden darf und erkennst, was die Erfüllung in dir selber bringt, hier für Klarheit sorgst, deine Worte aussprichst, diese auch zelebrierst, handelst, ne, und auch hier Geduld hast, Mangeldenken, Mangelbewusstsein zu überwinden und immer wieder bewusst zur Einfachheit zurückkehrst. Ihr Lieben, ich hätte ganz gern noch für das Schicksalsrat und das Hass der Stäbe irgendwas kommt hier mit Zeit und Rat auf dich zu und entzündet dein Feuer an dir. Ja, geh raus, hab Spaß, triff dich mit Freunden, mit Arbeitskollegen, hier geht's mit den drei der Kirchen um die Leichtigkeit, um den Genuss, um auch hier Freude, hohe Zeiten mit Gleichgesinnten zu erleben. Ja, ihr Lieben, der Ritter der Münzen geht langsam voran, ist eigentlich die langsamste Energie, aber auch die beständigste Energie, ist ein Mensch, der hier weiß, dass es Kraft, Zeit bedarf, um an etwas zu arbeiten, der sich einen Plan zurechtlegt, der am Ball bleibt, der hier auch Zeit investiert und mal nicht eben das Handtuch schmeißt. Also, wenn du dir die Frage stellst, wegrennen oder bleiben, dann würde ich hier sagen, wenn es gesund für dich ist, bleiben. Wenn du dich von allen Toxischen befreist, setz dich hier in Vertrauen auf die kleinen Schritte, ja, gönn dir auch mal eine Pause, eine Auszeit, Grund zur Freude, Grund zum Feiern und wende dich den schönen Dingen des Lebens zu. Ja, deswegen auch vorhin der König der Stäbe, werde hier zur Königin der Stäbe, leidenschaftlich, selbstbewusst, voller Enthusiasmus, gehe hier voller Strahlkraft, Autorität auch für deine Ziele voran, für dein Zepter des Lebens. Hier haben wir noch ein Ass, ihr Lieben, der Frühling bringt hier wirklich Neuanfang pur, stabile Fundamente, sorgt für Erkenntnisse, für schicksalshafte Ereignisse, die dir Grund zum Feiern und zur Freude geben. Mega wunderschön, ihr Lieben. Wow! Raus aus den Zweifeln, aus der Unentschlossenheit. Höre hin, schaue hin, nimm die Augenbinde von den Augen ab. Ich zeige euch, was wir hier noch sehen dürfen. Schaut mal, wie toll! Von außen kommt ein Neuanfang auf dich zu. Wir haben hier das vierte Ass jetzt auf dem Tisch liegen. Folge deiner Leidenschaft. Hier wirst du es mit Menschen zu tun bekommen, die beständig an deiner Seite sind, die hier nicht einfach mal davonlaufen, sondern die bei dir bleiben, die dir loyal und zuverlässig, verantwortungsbewusst an deiner Seite stehen. Hier, ihr Lieben, geht es um Liebesangelegenheiten, Herzensangelegenheiten, Entscheidungen, wozu dein Herz Ja sagt. Du wirst hier langfristig gesehen deinen Erfolg, deine Anerkennung, deine Wertschätzung einheimsen. Du wirst erfolgreich sein. Du wirst deinen Wert feiern. Du wirst deine Erkenntnisse feiern, deine Teilerfolge feiern. Du wirst vielleicht eine Zusage im Bereich des Jobs bekommen. Du wirst die Liebe feiern. Du wirst Entscheidungen feiern, weil du jetzt bereit bist, nochmal komplett in Leichtigkeit von vorne zu starten und durch dieses Portal des Neuanfangs durchzujubeln, wenn du denn selbstbewusst im Zeichen der Sonne sozusagen, beginnend Frühjahr bis Sommer, wird mir gerade gesagt, deinem Weg treu bleibst und auch bereit bist, an deinen Plänen zu arbeiten, diese auch langfristig und beständig umzusetzen. Wow! Ihr Lieben, der Tisch ist voll. Mega Botschaft. Ein wunderschönes Special, hätte ich gesagt, liegt hier für euch auf dem Tisch. Ich ziehe für euch jetzt noch eine Krafttierkarte. Wir haben vier Asse. Macht euch das bewusst. Ihr seid auf dem Weg, euch zu befreien vom Toxischen. Hier kommen wirklich die Weggabelungen. Allein die Zeit wird es zeigen, welchen Weg du einschlägst, welcher Weg der richtige ist. Und du wirst dich befreien aus Mangeldenken, Einsamkeit und Mangelbewusstsein. Vertraue dem großen Mysterium, sagt hier auch der Wal. Verwirkliche deine Ideen als Königin der Stäbe. Setze hier alle Visionen, die du hast, in die Tat um. Übe dich auch noch im Loslassen vom Toxischen, vom Teufel. Aber da seid ihr super gut dabei. Nimm dir auch als Ere mit hier eine Pause. Zeit, um zusammenzuarbeiten, aber auch zum Ausatmen. Die Ameisen sind ja ganz wuselig. Die kommen ja auch immer im Frühjahr. Also ich habe ganz viele Ameisen. Aber schaut mal, die setzen hier diese Puzzleteile ganz fleißig zusammen. Nur die Zeit wird es zeigen, hier auch die Zahl 2, welche Puzzleteile Teamwork sozusagen miteinander kreieren und erschaffen. Gleichgesinnte hier, welche Puzzleteile sich zusammensetzen und welche Menschen jetzt zusammengeführt werden und zusammenpassen. Der nächste Step wird eingeläutet. Die Puzzleteile werden jetzt hier herangetragen. Es gibt nicht nur eine Wahrheit, sagt der Delfin mit der Nummer 11. Die Gerechtigkeit beleuchte hier. Schaue hin, welche Wahrheit lebst du, wie ich vorhin schon gesagt habe. Entscheidest du dich für die triste, olle Vergangenheit oder aber für die glorreiche Zukunft. Wie gesagt, vertraue dem großen Mysterium. Und ihr Lieben, da haben wir auch den Bube der Münzen. Schaffe dir eine solide Basis. Auch die Zahl 4, Stabilität und Sicherheit. Und ihr Lieben, der Biber, der schaadt ja auch sein Holz, um den Fluss des Lebens, einen Staudamm zu bauen. Der Biber kann aber auch, oder der Turm, kann aber auch den Staudamm wegreißen, damit hier wieder etwas zum Fließen kommt. Wunderschön, eine solide Basis. Mit den vier der Stäben haben wir diese. Grund zur Freude, Grund zum Feiern und Leichtigkeit, die in dein Leben mit den drei der Kirchen kommen möchte. Lebe im Hier und Jetzt, freu dich auf das, was kommt und steige aus dem tristen, ollen Mangelbewusstsein aus. Der Turm reißt Erinnerungen an die Vergangenheit nieder. Verwirkliche jetzt im Hier und Jetzt deine Ideen. Ihr Lieben, in diesem Sinne würde ich unser Special so schließen. Wünsche euch einen zauberhaften Frühling. Startet rein, gönnt euch selber schöne Blumen, Sonnenstrahlen, Vitamin D. Geht raus, habt Spaß, habt krumm zur Freude. Feiert die Feste, wie sie fallen. Kommt in den Genuss des Lebens und vertraut auf schicksalshaftes Timing. Die Zeit allein wird es zeigen. In diesem Sinne ganz, ganz, ganz liebe Grüße an euch von mir. Bis zum nächsten Video. Abonniert gern meinen Kanal, dann verpasst ihr keins. Und bis dahin und ganz bald. Ciao, ciao, eure Sanni. Bis zum nächsten Video.